Herzlich willkommen zur Sonntagsandacht in der Scientology-Kirche. Die Scientology ist eine moderne Religion. Sie wurde gestiftet von L. Ron Hubbard Mitte des letzten Jahrhunderts und sie hat einen spirituellen Weg, der einen Schritt für Schritt in Richtung persönlicher Freiheit und Ewigkeit führt und sie hat eine ganz ausführlich niedergelegte Lehre, die man studieren kann. Man kann sie im Einzelnen studieren, man kann sie im Ganzen studieren und jedes Stückchen dieser Lehre trägt dazu bei, das Leben besser zu verstehen, andere besser zu verstehen, sich selbst besser zu verstehen und natürlich auch im spirituellen Sinn mehr Bruderschaft mit dem Universum zu erlangen. Das Wort Scientology kommt von Skire und Ologie und wenn man es zusammensetzt, dann heißt es die Lehre vom Wissen oder einfach Wissen, wie man weiß. Und als erstes lese ich das Glaubensbekenntnis der Scientology-Kirche, denn das ist meines Erachtens nicht bekannt. Wir von der Kirche glauben, dass alle Menschen, welcher Rasse, Hautfarbe oder welchen Bekenntnisses sie auch sein mögen, mit gleichen Rechten geschaffen wurden. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigenen religiösen Praktiken und deren Ausübung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihr eigenes Leben haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre geistige Gesundheit haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigene Verteidigung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigenen Organisationen, Kirchen und Regierungen zu ersinnen, zu wählen, zu fördern und zu unterstützen. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, frei zu denken, frei zu sprechen, ihre eigenen Meinungen frei zu schreiben und den Meinungen anderer zu entgegnen oder sich darüber zu äußern oder darüber zu schreiben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigene Art zu schaffen. Dass die Seelen der Menschen die Rechte der Menschen haben. Dass das Studium der Seele und ihre Befreiung von den geistig verursachten Übeln von Religion weder entfremdet noch in nicht-religiösen Gebieten geduldet werden sollten. Und dass keine Instanz, außer Gott, die Macht hat, diese Rechte vorübergehend außer Kraft zu setzen oder aufzuheben, sei es öffentlich oder verborgen. Und wir von der Kirche glauben, dass der Mensch im Grunde gut ist. Dass er danach strebt zu überleben. Dass sein Überleben von ihm selbst und von seinen Mitmenschen abhängt und davon, dass er ein brüderliches Verhältnis mit dem Universum erreicht. Und wir von der Kirche glauben, dass die Gesetze Gottes dem Menschen verbieten, seine eigene Art zu zerstören. Die Vernunft eines anderen zu zerstören. Die Seele eines anderen zu zerstören oder zu versklaven. Das Überleben seiner Kameraden oder seiner Gruppe zu zerstören oder zu mindern. Und wir von der Kirche glauben, dass die Seele gerettet werden kann und dass allein die Seele den Körper retten oder gesund erhalten kann. Nun haben wir ja zuletzt eine wirklich lange Reihe von Weg zum Glücklichsein-Vorträgen zum Sonntag gehabt. Sonntagsandachten mit dem Weg zum Glücklichsein. Und hier habe ich mir ein anderes Buch ausgesucht. Das ist das Buch Grundlagen des Denkens. Es geht um die Scientology und hier kann man eigentlich sehr gut die Grundzüge der Lehre studieren. Es gibt eine DVD zu diesem Buch. Man kann es sich also auch praktisch als Film anschauen. Und hier sind die ganzen wichtigen Grundelemente drin, die man über Scientology verstehen könnte, damit man sich wirklich ein eigenes Bild bilden kann. Ja, und da habe ich mir ein Kapitel ausgesucht. Das heißt die Teile des Menschen. Und in diesem Kapitel zählt L. Ron Hubbard auf, ist letztlich was dazu geführt hat, die Seele heraus zu kristallisieren als das bestimmende Element im Menschen. Und er beschreibt jetzt nicht genau, welche Versuchseinordnungen er gemacht hat, aber er gibt eine sehr genaue Aufzählung davon, was in dieser Seele steckt oder was in euch steckt. Denn ihr seid die Seele, ihr seid die unsterbliche Seele selbst. Wenn man so einen Menschen anguckt, dann hat er im Prinzip drei Teile. Es gibt die Seele, das ist der Chef. Und es gibt einen Verstand, der wird dazu benutzt, um zu denken oder um zu vergleichen oder die Vergangenheit zu speichern. Man könnte sagen, so eine Art Familienalbum. Da ist drin alles aufgezeichnet, was ihr jemals erlebt habt. Und wenn ihr es vergessen habt, keine Angst, kann man wieder herholen. Und die Dinge, die ihr nicht erlebt habt, die sind da nicht drin. Ist ja eigentlich auch logisch. Ist ja schließlich euer eigenes Familienalbum. Und der dritte Teil ist der Körper. Auf den Körper gehen wir gar nicht so genau ein. Denn so ein Körper, der wird gesteuert von der Seele. Die Scientologen nennen diese Seele Tetan. Das ist aber nur ein Wort, um die Seele zu bezeichnen und mit einem anderen Wort zu bezeichnen, als normalerweise so üblich ist und vielleicht ein bisschen eine Abgrenzung zu schaffen. Genau, also dieser Tetan, der steuert den Körper und er steuert auch den Verstand. Und manchmal funktioniert das nicht. Manchmal ist er irgendwelchen anderen Gesetzen oder der Vergangenheit unterworfen. Wenn die Vergangenheit anstrengend war, dann kann die Erinnerung auch anstrengend sein. Und an diesen Punkten verliert er dann so ein bisschen den Plan oder verliert er ein bisschen den Zugriff. Und das sind lauter Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann und die man verbessern kann. Wichtig zu wissen ist eigentlich nur, diese Tätern, also ihr selbst, ihr habt verschiedene Emotionen, die bewegen sich auf einer Skala von ganz unten, Apathie oder nah zum Tod hinauf auf Angst und noch ein bisschen höher auf Wut und noch ein bisschen höher auf einen Angriff und noch ein bisschen höher auf eine Langeweile. Da ist es einem egal, was so gerade geschieht. Noch ein bisschen höher wäre Interesse oder Fröhlichkeit und noch ein bisschen höher wäre Enthusiasmus. Enthusiasmus oder Begeisterung, das ist die Turnstufe, die ein Kind hat, wenn es ein rotes Auto sieht. Oder manchmal behalten unsere Männer sich diese, und manche Frauen natürlich auch, diese Begeisterung für die roten Autos immer noch speziell, wenn sie besonders schnell sind. Genau, das ist eine Skala, also es ist eine Reihe von Emotionen. Und so ein Wesen, so einen Tätern, der erschafft seine Emotionen einfach selbst. Und das ist der Gegenstand von diesem Sonntagmorgen. Ich wollte euch einfach neu erzählen. Hallo, ihr erschafft eure Emotionen selber. Manchmal kommen die Emotionen ja so aus der Vergangenheit rausgeschlichen. Manchmal hat man aus unerklärlichen Gründen Angst oder man langweilt sich oder man ist einfach nur sauer und verstimmt oder man ist geschmerzt und kommt aus diesem Schmerz nicht raus oder man verfällt dem Trübsinn und hängt da in diesem Trübsinn rum. Das kennt ihr alle. Aber vielleicht kennt ihr den einen Schlüssel dazu noch nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Nämlich ganz unabhängig davon, ob euch jemand geholfen hat, diese Vergangenheit aufzuarbeiten und aufzuräumen und zu verstauen und in Ordnung zu bringen, sodass sie euch nicht mehr beeinflussen kann. Oder ob das nicht geschehen ist, ist in einem Punkt völlig egal. Nämlich, und ich sag's euch heute einfach, ihr seid der Chef. Ihr seid persönlich derjenige, der die Fäden zieht und ihr erschafft eure Emotionen selber. Ist das nicht eine gute Nachricht? Ja, manchmal ist es auch eine blöde Nachricht, weil man sitzt da so im Trübsal und bläst Trübsal, wie man so schön sagt, und ist einfach ganz, ganz traurig und sumpfig und kriegt sich nicht hoch. Und wisst ihr was? Ihr könnt aber. Denn ein Wesen oder eine geistige Persönlichkeit oder eben dieser Tätern, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, ihr selber, ihr könnt entscheiden. Nee, das machen wir jetzt nicht. Jetzt machen wir was anderes. Ihr könnt persönlich entscheiden. Ich bringe jetzt etwas Interesse auf für zum Beispiel eine Tischecke oder einen Tischfuß oder einen Kochtopf oder ein Fenster oder eine Pflanze oder eine Blume oder einen Kleiderschrank oder einen Laden oder ein... Es ist völlig egal. Ihr könnt das selber erschaffen. Es ist nicht interessant. Manchmal braucht es ein bisschen Anstrengung, um sich da zu ziehen. Speziell, wenn man auf dieser Skala von Emotionen arg weit abgesunken ist, da kommt dann auch die ganze Hormonsteuerung im Körper dazu. Und da, also diese Emotionen, die löst einen Hormon aus und die beeinflusst den Körper. Und da wird der Körper dann ganz schwer und gelangweilt oder ganz fertig oder ganz traurig oder wie auch immer. Aber Tatsache ist, ihr seid da trotzdem der Chef. Und jetzt habe ich es euch gesagt. Jetzt kommt ihr mit der Ausrede wahrscheinlich vor euch selber nicht mehr durch. Ihr könnt wirklich selber entscheiden, eine andere Emotion zu erschaffen. Und wenn ihr das ein bisschen macht, dann fühlt ihr euch auch bald so. Und da gibt es die einfache Methode, ein bisschen zu lächeln. Müsst ihr mal ausprobieren. Also wenn es euch wirklich saundreckig geht, alles ist schief, es ist richtig blöd, lächeln. Und wenn man ein bisschen gelächelt hat, dann fühlt man sich ein kleines bisschen nach Lächeln. Aber Vorsicht, nicht im Keim ersticken, sondern noch ein bisschen größer machen. Vielleicht mal einen Moment einfach an Lachen denken oder einfach lachen. Ist gar nicht so einfach, ich weiß. Und dann ist es auch noch peinlich. Also man muss es ja nicht gerade vor dem Spiegel machen. Und man kann das auch still für sich machen. Oder man macht es in einer Umgebung, wo andere Leute sind und lächelt einfach mal. Meistens lächelt jemand zurück. Das ist immer ganz praktisch. Ich wollte euch nur dieses Rezept verraten. Ihr erschafft eure eigenen Emotionen selbst. Egal, was aus der Vergangenheit kommt, egal, was von anderen kommt, unabhängig davon, was um euch rum los ist, könnt ihr eure eigenen Emotionen erschaffen. Jetzt ist es natürlich so, dass je mehr die Vergangenheit abgearbeitet ist und je mehr dafür stellt ja Saint-Holte einfach einen wunderbaren Weg dar, wie man freier und glücklicher wird und lustiger und intelligenter und all diese Dinge, weil man einen spirituellen Weg geht, wo man einfach Ballast ablegt. Man wird also all diese Dinge, die einem zugestoßen sind, wird man los. Und all diese Dinge, wo man was verkorkst hat, die wird man auch los. Und wo man was angestellt hat, die wird man auch los und so weiter. Und dann hat man eine Erinnerung an all diese Dinge, aber sie stört einen nicht mehr oder sie tut nicht mehr weh oder sie tut einem nichts mehr. Also leichter ist es natürlich, wenn ihr euch ein Stück spirituell befreit habt. Dann ist es leichter, im richtigen Moment zu sagen, so, ich lache jetzt mal. Aber es ist nicht die einzige Methode. Und da kommt eine Story, die ich liebe. Das hat mir ein guter alter Freund vor einer großen Menschenmenge erzählt. Da hat er irgendwie ein Beispiel für was gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und das war so, dass er in einem, er hatte einen, ich glaube, Nachtclub, Bar, Restaurant, irgendwie sowas. Und er kam in die Küche und der Koch hat gelacht. Und dann wollte er wissen, was hier eigentlich los ist. Und dann hat der Koch gesagt, ihm ist gerade sind alle Helfer weggelaufen und der Ersatzkoch und das Restaurant war voll mit 250 Leuten. Und der stand da und hat erst mal gelacht. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel. So kann man es nehmen. Man kann erst mal laut lachen. Und wenn ihr lacht, dann fühlt ihr euch viel besser. Es ist total verrückt. Also ich sage ja, es ist fast schon peinlich. Aber es ist total verrückt. Wenn man einfach mal lacht, wird es besser. Weil man sich dann so fühlt und weil man sich dann so benimmt, als wäre man in gutem Zustand, in guter Emotion. Und diese Emotionen kann man also ein bisschen mehr erschaffen. Und damit lassen sich die Dinge schon viel besser bewältigen. Ich gebe ja immer eine Hausaufgabe. Probiert es mal aus. Es ist wirklich totale Magie. Einfach mal lächeln. Mundwinkel noch ein bisschen weiterziehen. Leise lachen. Laut lachen. Probiert es einfach mal aus. Und es zieht euch nach oben. Ob die Umgebung das jetzt gerade möchte oder auch gar nicht. So. Zeit für ein Gebet. Möge der Schöpfer des Universums alle Menschen befähigen, ein Verstehen ihrer geistigen Natur zu erreichen. Möge Bewusstsein und Verstehen über das Leben sich weiten, sodass alle den Schöpfer des Universums erfahren können. Und mögen andere auch dieses Verstehen erreichen, das völlige Freiheit bringt. In dieser Zeit gedenken wir jener, deren Freiheit bedroht ist. Jener, die Gefangenschaft wegen ihres Glaubens erletten haben. Jener, die geknechtet oder gequält und aller, die brutal behandelt werden, gefangen sind oder angegriffen werden. Wir beten dafür, dass die Menschenrechte bewahrt werden, sodass alle Menschen frei glauben und ihre Andacht verrichten können. Sodass es in unserem Land erneut Freiheit geben wird. Freiheit von Kriegen, Armut und Not. Freiheit zu sein, Freiheit zu tun und Freiheit zu haben. Freiheit, das Potenzial des Menschen zu gebrauchen und zu verstehen. Ein Potenzial, das von Gott gegeben und Gott ähnlich ist. Und Freiheit, jenes Verstehen und Bewusstsein zu erreichen, das die völlige Freiheit ist. Gebe Gott, dass es so sei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Schaut, dass ihr was dazulernt, denn Wissen ist das, was ihr mit in die Ewigkeit nehmt. Und Wissen ist das, was bei euch bleibt. Und deswegen muss man einfach immer was dazu tun, immer ein bisschen dran arbeiten. Und in diesem Sinn, eine gute Woche. Musik Untertitelung des ZDF, 2020